hallo meine lieben und herzlich willkommen zurück zum besten spiel der welt wir sind wieder mal slime ranger und leider wird es gerade nacht aber das hindert uns nicht daran einmal das zu tun was wir vor hatten nämlich wollen wir die große katze dahinten füttern obwohl wir eigentlich auch das große fehlchen eigentlich muss füttern könnten wir schauen erst mal die katze vielleicht reichen zehn hühnchen schon wir gucken erst mal noch bei unseren hühnchen vorbei wir können noch eins mindestens mitnehmen davon auch noch eins dann haben wir zwei normale und zwei gestreifte drei gestreifte dann nennen wir lieber davon noch eins mit glaube ich bin verwirrt das nehmen wir doch wieder mit so passt schon dann flitzen wir da einmal rüber immer wieder süß wenn die fähchen spawnen süß süß das war jetzt sehr fies ja den großen schleim da hatten wir voll gefüttert wollen wir mal schauen was das kätzchen sagt auch alles voll mit katzen ich liebe das jetpack so nom 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 was immer noch nicht ich bin entsetzt so ein hungriges kätzchen wollen wir mal gucken was wir hier noch so zusammenkriegen ich frage mir immer noch wozu das gut sein soll und hier gibt es natürlich keine hühnchen mehr nix nix nur noch küken dann flattern wir noch mal hier rüber irgendwo müssen doch noch hühnchen versteckt sein so einmal kurz gehustet weiter geht's du sollst hier nicht sein paralysiert ihr mal gucken dann fasziniert so hier sind aber auch keine kätzchen sag ich schon hier hühnchen 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 doch hier immerhin gut gut ja wir flitzen noch mal zurück und gucken ob das jetzt inzwischen reicht beziehungsweise wir fliegen hier noch mal rüber runter man kommt überall hin mit dem jetpack irgendjemand hatte mir auch geschrieben dass man nachher noch so ein überjetpack holen kann was irgendwie noch mehr leistung hat oder so damit kann man dann auch auf die inseln fliegen werden wir alles noch ausprobieren immer noch nicht vollgefüttert mein gott das ist ja ein unersättliches kätzchen und hier sind alles rote wesen beziehungsweise pink ein bisschen überbevölkert hier würde ich mal sagen aber das kann sich ja ganz schnell erledigen wie wir gesehen haben in dem neuen gebiet wenn da gewisse viecher wie hier kommen und alles aufmampfen ich glaube wir flitzen noch mal nach hause und schauen mal dass wir schlafen gehen ist schon wieder spät und vielleicht haben wir da ja auch noch das glück dass ein paar hühnchen groß genug sind dass wir sie mitnehmen können mal gucken was uns hier neues geschrieben wurde okay das war schon die ganze nachricht wir haben vier minuten verschlafen wir sollten uns was schämen einmal mit dem staubsauger durchgegangen so ich bin im falschen slot machen wir mal so welche waren das nochmal die das hier gefuttert haben na der ist ja genügsam auch mit seinem wasser so ich glaube ihr wart das mit dem bären oder ja wo kommt ihr hier gefutter ouch das mit dem plot machen wir glaube ich später es hat noch zeit ja von den werten her es muss irgendwie auch noch grüne schleimchen geben ich glaube das sind die die im slimepedia bei uns noch nicht aktiv waren ich weiß das nicht die q berries können wir eigentlich auch mal zu der fee in der höhle bringen aber erstmal wieder anpflanzen so und jetzt schauen wir mal was wir hier davon nehmen wir einen mit wir saugen einfach erstmal alles ein was da noch rumläuft da gucken wir mal ok eine stony hen können wir mitnehmen davon lassen wir zwei hier davon auch davon auch davon auch hm vielleicht hätten wir doch nicht gleich die q berries mitnehmen sollen aber zu spät ich hoffe ja dass das jetzt reicht für die katze die ist ja schon dick und fett und kugelrund und da wurde der hahn schon weg schnabuliert sonst hätten wir den auch noch mitgenommen die hüpf oh noch mehr futter so erst zum kätzchen kätzchen hat wo doch immer noch nicht die füllt doch hier schon alles aus man kann doch gar nicht mehr an ihr vorbei gehen ich weiß noch genau am anfang sind wir einmal um sie rum gegangen hm wahrscheinlich fehlt jetzt nur ein Huhn oder so ein einziges genau die stony hen die wir nicht mitnehmen konnten so wusste ich doch dass das schmeckt so hier sind wieder schlecht gelaunte tierchen oh gott das müssen wir mitnehmen lausch bitte nicht umbringen wir sollten uns vielleicht nicht allzu lange hier aufhalten so genau hier ist auch noch eine tür die wir öffnen wollen weshalb wir das ganze überhaupt nicht machen und natürlich damit die schleimding glücklich sind jup jup so so ist hier auch noch irgendwelche nester die wir sonst nicht erreichen ich glaub da vielleicht ne uh bloß nicht ins wasser fallen so und hier rüber und einfach mal mitnehmen was hier so rumliegt kann nicht schaden wir müssen auch gleich mal beim gehege gucken was als nächstes ansteht ach moment wir können ja erstmal noch gucken da fehlt bestimmt nicht mehr viel für die katze würde ich jetzt mal so grob behaupten die platz doch gleich jetzt fehlt wirklich nur noch ein Huhn die platz doch gleich mal durchgesaugt hier heimlich küken geklaut und ab nach hause wo hier oben waren auch noch genau scheiße hab ich nicht gesagt Entschuldigung wir wollten ja eigentlich noch mehr Hühnchen und so mitnehmen aufm Rückweg das muss reichen am liebsten hätte ich so 20 Slots mindestens als Inventor und das wird mir auch noch nicht mal reichen schwierig schwierig die wachsen noch fleißig und schon sind wir reich so jetzt saugen wir nochmal alles ein und gucken dann nochmal was übrig bleibt so zwei davon zwei davon zwei davon so und den Rest nehmen wir mit was wollt ihr hier das ist doch Wucher elf Hühner ne ne das haben wir nicht übrig vor der Nase weg geklaut Mann sind wir gemein sie haben noch Möhrchen hier also von daher nicht so schlimm ob das so gut war jetzt ein Fähchen zu werden ich weiß ja nicht siehste mal kaum gucken wir sie an werden sie groß nur weil da oben ein Huhn ist unglaublich wie viel wetten wir das jetzt das eine Stoney Händchen hier reicht ok Wette verloren immer noch nicht ich falle ja bald vom Glauben ab hier irgendwo noch Hühnchen irgendwo noch Hühnchen dann nicht so versuchen wir mal auf diesem Weg da lang zu kommen ha hochgekommen so dann müssten wir jetzt glaube ich hier lang jep so oh diese Höhle verwirrt mich mit dem Ausgang na der ist lieb und tut uns trotzdem weh ouch nom 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 hm wollt er wohl doch mich hm hm und wieder zurück nochmal vier Hühnchen geholt das hörte sich irgendwie bedrohlich an hier unten doch nicht ich hör doch irgendwie die Musik was ist denn hier los Gefahr schon vorüber scheint so nun aber ja das letzte Huhn ist das zu fassen nein nein ich wollte die Kiste haben ähm wo zur Hölle sind wir ähm ähm ja gut ja gut okay ich bin jetzt etwas ratlos ob das beabsichtigt ist dass wir auf diesen Teleporter rausgekommen sind wir können es nur hoffen dass unser Jetpack uns hier hoch trägt obwohl da ist ein bisschen niedriger komm schon komm schon nein es reicht nicht wir können das nochmal ah der funktioniert auch rückwärts da bin ich beruhigt ah der funktioniert auch rückwärts da bin ich beruhigt holen wir euch mal vom Teleporter runter das wäre ja schon hammerhart gewesen wenn das jetzt nicht funktioniert hätte aber ich frage mich was das da für ein Gebiet war weil irgendwie durch diese Blase muss man ja durchkommen würde ich mal so glatt behaupten so Mietekätzchen sehr merkwürdig sehr merkwürdig wir schauen mal ob das dieses Kraftfeld was da war wo wir nicht durchgekommen sind ob das genauso aussieht wie das was bei uns bei der Farm ist ich meine nämlich ja dass das so aussah ich will schon wieder irgendwas hier rumheulen wusste ich es doch oh ah ah okay das hat nicht so gut funktioniert ich glaube wir sind die einzigen Schleimchen die sich wehren können gegen den immer wenn die was gepressen haben dann machen wir Zellteile und das ist auch nicht cool und da wurde ich angeschrieben so Gefahr gebannt juhu dafür genehmigen wir uns noch ein bisschen Bezahlung oh ich mag das wenn sie uns so angucken ouch das mag ich nicht so gerne so und es ist schon wieder spät abends kleine Schleimchen müssen ins Bett und ich glaube unsere Schleimchen könnten inzwischen böse werden weil wir sie so wenig füttern wir schauen gleich mal ganz vorsichtig erst mal Prioritäten setzen Geld wegbringen so jetzt schauen wir mal ganz vorsichtig wie ihr denn so drauf seid das sieht ja gar nicht so schlimm aus ihr auch ja die sind ja alle noch voll gut drauf dir geht es ja eh gut ne ja jetzt bringen wir mal bringen wir mal das ganze Geld hier weg und dann gucken wir mal was wir an den Gehegen noch schnell machen können ja das ist ein guter Plan obwohl wir können erstmal gucken ja hab ich mir gedacht wir müssen ernten nicht dass die vergammeln hier auf dem Boden das wäre schade drum so und das Feld ist noch nicht fertig okay gut davon haben wir 30 und hier ist gerade nix drin ach da können wir die Pogo Fruits einmal rein tun oder die Möhrchen ne die Pogo Fruits ist besser so die Möhrchen verfüttern wir einmal kurz wusste ich doch dass sie inzwischen Hunger haben wer von euch hat noch Hunger? ihr nicht ihr schon noch mehr hungrige hier ist immer so schwer zu sehen okay die beiden sehen schlecht gelaunt aus dann nehmt die Möhren na los und ein paar Pogo Fruits tun wir zu den Kätzchen rein ich glaub die mögen Früchte also die der Honig Anteil von denen mag Früchte glaube ich denke ich ja ja genau so dann würde ich sagen gucken wir doch in der nächsten Folge was wir hier noch mit dem Geld alles an den Gehegen verbessern können und sehen dann dass wir unser kleines beziehungsweise unser riesen Fähchen auch noch gefüttert bekommen so jo dann bis zum nächsten Mal ich hoffe es hat euch gefallen und tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal